Alter, direkt hier in der Ecke, ich werd bekloppt. Warte mal, hier ist da noch ein Hund. Oh ja, genau, jetzt. Atomwomen, nice. Das hat genau gepasst, ey. Alter, Falter. Ah, hier brauchte ich wieder Strom. Aber wo gab's denn den Strom für die Tiere? Atombombe, will ich die Atombombe? Ja, ich will die Atombombe. So. Na los, is. Ich hab hier ne Ewigkeit. Nein, nein, nein. Och, fuck you. Okay, der Hund ist gefüttert. Jetzt hab ich hier meinen Juggernaut verloren. Nice. Scheiße, ich hätt mir... ...ein Dings machen sollen. Oder ich geh jetzt doch erst mal zurück. Vielleicht ist das Teil der Maschine, die Weasel gaben. Und zwar... ...nach unten. Genau. Schnell, 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 nach unten. Da kann ich mir jetzt schön die Axt abholen. Soweit ich das... Ich glaube, das war so. Da musste man nix weiter mehr machen. Oh yes. Tomahawk, Baby! Ich brauch unbedingt ne neue Waffe. Und unbedingt wieder Juggernaut. Alter, ist das dein Ernst? Ich komm hier aus der Ecke nix mehr raus, Mann. Ich hab das jetzt so gut gespielt und jetzt... ...versau ich's mir hier, oder was? Die werden nur wegteleportiert. Ich geh jetzt auf Nummer sicher. Oh no, nice. Das Ding zieht mir ja... ...den Spaß an. Okay, abhauen. Ich brauch unbedingt wieder Juggernaut. Verpiss dich. Ich bin so weit gekommen, alleine jetzt auf der Map hier. Alter, geh aus dem Weg. Magic Bullets? So, ich mach mir schnell den Turm an. Wie oft könnte man das aufladen? Zweimal. So, nice. Du hast mir keine langen Waffe gegeben. Einen würde ich mir gerne zum Crawler machen. Ah, das Sniper-Tor macht alle kalt. Wo ist denn der? Dort, okay. Komm. Komm. Oh, yes. So, was hab ich jetzt vor? Ich will nach oben. Und... Jetzt muss ich erst die Gondola rufen, ey. Ich will nach oben und zum... Ne, ich hab noch nie alle Bauteile. Eins fehlt mir noch. Scheiße, wo ist denn das? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ne, wenn ich die Gondel nehme, ich stirb. Das drecks hier ja wieder. Warte mal, ich geh nochmal... Das hab ich, das hab ich. Der Stromgenerator, wo ist denn der? Oder was soll das sein? Irgendwie eine Belüftung? Ähm... Wo gibt's denn noch einen Raum? Scheiße, jetzt bin ich hier... Am Arsch. Ah, jetzt ist der wieder gestorben, ey. Ich hasse das. Ich mach mir da nie umsonst einen Crawler. So, hier bin ich wieder hier. Ah, genau hier war das. Wie war denn das hier? Scheiße. Ach genau, da oben. Ne. Ach hier. Okay, jetzt ist die Tür offen. Ihr könnt euch schon mal alle verpissen hier. Genau, hier dahinter ist nämlich... Speedcaller. Hier war die Speedcaller. Sehr nice. Okay, kann ich noch was machen? Jetzt stehen die ganzen Typen um mir rum, ey. Schnell Instacaller nehmen. Oder Speedcaller eher. Zum Glück habe ich die Death Machine, ey. Sehr schön, das geht jetzt alles schon viel schneller. Okay. So, jetzt kann ich hier... Ach nee, ich muss das Ding noch schnell holen. Äh, zack. So, jetzt kann ich nach oben. Wie komme ich von hier jetzt nach oben? Äh. Oh Gott. Hier. Genau. Ohoho. Wie ist geil, Alter. Ich komme genial durch. Scheiße, die Tür hinten war noch Strom. Ich lade schon mal meine Axt auf. Wie war denn das mit der Tür hier hinten? Wo war denn der Strom dafür? Wie war das? Wie war das? War das denn ein Stück zurückgehen und dann... Wie kann man da irgendwie... Ah, genau. So war das. So war das. Jetzt kann ich hier schön das Flugzeug bauen. Schaffe ich das noch? Äh, 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 äh. Okay, okay, okay. Das Ding aufladen. So, einen Crawler machen. Oh, da schaut's einfach. Hä, warum darf ich noch nicht einsteigen? Okay, okay. Lass mich nachladen. Fuck. Oh, shit. Okay, 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 okay. Concentration. Jetzt sind meine ganzen Päroxider weg, ey. Und ich kann mich nicht doch mal wiederbeleben. Na los, lad das Ding nach. Okay. Eigentlich müsste ich die Perks nochmal holen. Das wäre eigentlich cleverer. Ich muss die Perks holen, sonst sterbe ich. Ich hoffe mal, der Dreckszombie stirbt jetzt nie wieder. Ganz schnell. Speed Cola, wo war Speed Cola? Ich hab's schon wieder vergessen. Scheiße, ich hab's wirklich vergessen. Oh, die war irgendwo hier hinten, oder? Ach, genau, in dem Raum hinten. So war das. Oh, natürlich ist er wieder gestorben, alter. Ich kenn kotzen. Speed Cola ist so wichtig. Juggernaut genauso. Das muss ich mir noch schnell holen. Mal wieder Munition wäre auch ganz toll. Alter, Falter, ey. Okay, einmal kann ich sterben. Aber die Zombies waren langsam ziemlich nervig. Ja, natürlich, Alter, natürlich. Sie rennen mir natürlich wieder direkt ins Gesicht. Oh, da kommt jetzt ein Großer. Alter, das sind die dann ernst. Das war's. Das war's. Hier kann ich nicht mehr leben draus. Oh, 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 oh. Oh, man, nun mal. Ja, das war's. Dass die einem immer dann ins Gesicht rennen. So knapp vorm Flugzeug. Ich kann kotzen. Das war vielleicht doch ein Fehler, nochmal die Speed Cola und Juggernaut versuchen zu holen. Dass die Zombies immer manchmal sinnlos sterben, obwohl jemand die nie tötet. Was war das jetzt, Runde 15? Naja, immerhin habe ich das Flugzeug zusammengebaut. Ist auch schon mal was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Positiv wäre natürlich am besten. Und lasst auch ein nettes Kommentar da. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020